Man sagt ja, MS ist die Krankheit mit 1000 Gesichtern. 2007, 2008 habe ich auf jeden Fall viele, viele Böse davon so zu Gesicht bekommen. Und als er dann angeschaltet worden ist, ja, da war dann alles gut, weil dann die Spastiken einfach aufgehört haben. Das war ja jahrelang nicht möglich. Ich kann jetzt alles machen. Deswegen ist dieser Anzug ja für mich auch der Superheldenanzug.